Du, Knastie? Ja? Wollen wir mal wieder eine Map machen? Mhhh, okay, aber nur weil du es bist. Ja, ich... ach, warum? Was haben wir denn hier gerade? Ähm... Oh, hier, guck mal, eine Map, die heißt wie du, fast. Ja, ich, äh, Schnitz... ne, Aramileist, okay. Ja, und was ist mit Knastileist? Ich weiß nicht, aber ich bin auch gern Aramileist. Ah, das bist du doch sowieso schon ein kleiner Racker. Ja. Hypnotisiert von Rami, Aramileist. Hypnotist, Aramileist. Ja, ist doch alles das Gleiche. Hauptsache schön geschmeidig. Richtig. Und wer hat die gemacht? Das war, äh, Hadouki. Ja. Ich wollte gerade Hadiku sagen, aber es wäre auch falsch gewesen. Naja, deswegen, ähm, liebe Kinder, beachtet, Vokale bitte in richtiger Reihenfolge in Wörter bringen. Genau. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Sonst heißt der andere Kerl da Knister. Zum Beispiel. Oder kannst die. Oder... Riemenschnatzel. Ist auch blöd. Ja. Oder? Riemenschnatzeln? Das klingt wie ein bayerischer Tanz. Komm, wir machen den Riemenschnatzel. Oder so. Ja, ich sag doch... Das klingt blöd. Ja, schön. Fangen wir mal an. Ja. Vielleicht tanzst du mir ja gleich auch noch weiter. Ich bin der Riemenschnatzel, Pauli. Nee, Pauli ist kein bayerischer Name, glaub ich. Na, egal. Was ist denn so ein typisch bayerischer Name? Schorsch. Ich bin der Riemenschnatzel, Schorsch. Schorsch. Sieht doch so schön aus, wenn du dann immer so hin und her gehst. Mit den Beinen. Ich bin der Riemenschnatzel, Schorsch. Ach, wunderschön. Ich mach den Riemenschnatzel und den ganzen Teusch. So. Ähm. Ja. Genau, genau, genau. Äh. Äh. Ach Mensch, du bist so produktiv. Das kenn ich gar nicht von dir. Haben wir die jetzt beide gerade geöffnet oder was oder wie? Ich weiß nicht. Hätte da nicht einer ausgereicht? Ah ne. Jetzt sind beide kaputt. Mann, oh man, oh man. Alles. Wie das kleinste Kind. Ja, natürlich. Ich geh mal durch. Ich auch. Das ist ein bisschen uneinsichtig hier. Ich drück mal. Deswegen heißt die Map Ramilized. Weil ich auch so uneinsichtig bin. So, jetzt kann man hier durchgehen. Von der anderen Seite. Ich renne im Kreis. Cool. Hi. Ach, was? Du auch? Ah. Hihihi. So, das... Okay. Seriosität. Wo bist du? Captain Sirius ist wieder am Start. Was geht? Jo. Zack. Zeitschaltuhr. Das geht gleich zu. Au. Ich dachte, das geht zu. Das kam bei mir erst an, als es zu ging. Aber trotzdem war es richtig. Das ist auf der einen Seite auch so. Das heißt, du gehst auf die andere Seite. Ach so. Nein. Hilfe. Oder ich geh zur anderen Seite. Okay. Hier kann ich springen. Ich spring einfach mal. Wunderschön. Oh, ich bin oben. Ah, da kannst du springen. Hier ist ein Knopf. Hier ist auch nur ein Knopf. Ich guck mal bei dir. Okay. Ja, hier ist ein Knopf. Ich drück den mal. Ich fall runter. Cool. Ich bin nach oben, du nach oben. Aha. Ist auch nett. Was ist das hier? Voll verarscht hier. Was bringt... Ah, ich sehe das Licht. Ich... Ja, das habe ich auch gerade bei mir schon gesehen. Aber irgendwie... Ja. Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Ich kann wahrscheinlich gleich sehen, oder? Ich bin hier oben. Ja. Ich... Ich bin... Oh, hier unten. Ähm... Du müsstest mich doch eigentlich sehen können. Irgendwo? Ja, ich... Ah, nee, du bist noch eine Ebene... Nee, du bist du gar nicht. Wo ist denn... Ah, nee, du bist... Wo ist denn da der Würfel, der da im Kasten ist? Kann ich den sehen hier? Hä? Ich glaube gar nicht. Ich bin doch in unterschiedlichen Räumen. Das ist ja faszinierend. Ich spring hier mal runter. So. Ja. Und spring einfach mal auch hier runter. Höpp. Ja, aber ich... Ich sehe dich ja nicht. Nee, du bist woanders. Ja. Ich habe... Ich habe keine solche Leiter. Nee. Aha. Hier ist der Ausgang. Ich bin schon mal... Beim Ausgang. Ja, wir brauchen nur ein paar Würfel. Ja. So. Und da reicht mein Herz nicht aus. Ich kann hier... Daniel, komm ich glaube ich her. Komm ich hierher? Ich komm hierher. Woher kommst du? Hierher. Achso. Woher kommst denn du? Hierher. Hierher. So. Wellen sind da oben. Ja, ich sehe hier unten. Wellen? Was... Wie sind Wellen? Können wir uns gegenseitig jetzt hier helfen? Oder wie ist das? Ich habe überall Zeichen hier neben meinen Knöpfen. Was? Ich drück mal jetzt hier wo drauf. Ist was passiert bei dir? Was? Ich habe gerade nicht geguckt. Warte? Bei dir ist ein Laser da oben, oder? Ach nee, ich habe was gehört. Ja okay. Machen wir nochmal. Da oben kommt ein Würfel raus. Okay. Ach du bist neben mir. Das ist ja interessant. Was? Wieso? Woran erkennst du das? Ich markiere mal. Da. Aha. Okay. Es passiert jetzt was? Mach nochmal. Geh mal runter. Ja ja ja. Hier direkt neben mir. Ist das gerade? Ja. Okay. Hier hinten ist ein Knopf. Ich drück mal auf den Knopf. Ja. Ein Viereck ist da. Hast du bei dir irgendwo ein Viereck? Da ist der Würfelfeld hier runter, dann... Wohin denn? Der ist jetzt... Ins Wasser. Ins Wasser. Jo. Das heißt, der darf dann schon mal nicht hin. Okay. Äh... Hier ist noch ein Knopf mit Wellen. Passiert bei dir was? Ja. Ah, genau eine Schräge. Okay. Hier ist auch noch ein weiter Knopf. Ach so, der ist dafür. Okay. Ja, alles klar. Äh... Und hast du irgendwo einen Kreis bei dir? Ich hab mal gedrückt. Kommt bei dir ein Würfel oben raus? Ja. Ein Ball. 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 Ich hab hier so einen Laser aktiviert. Ja. Ist bei... Hat sich bei dir irgendwas geändert? Äh... Nicht, dass ich das wüsste, so spontan. Okay. Kannst du den auch wieder ausstellen? Nö, ne? Doch. Hm. Ich kann ihn auch wieder anstellen. Ja, was du alles anstellen kannst, das weiß ich schon. Ja, ich sorge dir. Haha, du Haudegen. So. Was passiert? Ach, der Laser ist ausgegangen. Die Schräge. Ach ne, die Schräge, ja. Äh... Äh... Peter-Generator. Ah. Okay. Da wird dir gezeugt. Kannst du den irgendwie anstellen? Den Peter? Ja. Ist da ein Zeichen daneben? Äh... 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 Ich wüsste auch nicht, dass ich hier noch irgendeinen Knopf habe, den ich... Den ich noch... Ah, jetzt ist es an. Ah, dann ist es der Laser. Okay. Das Problem ist nur, ich muss jetzt irgendwo anders hin. Äh... Okay. Ähm... Mach das mal so, dass der die ganze Zeit an ist. Ist er. Ach, ich kann da überhaupt nicht selber rein. Ich muss das hier durch... Schächte... Machen. Dann mache das mal durch Schächte. Ja. Das Problem ist... Das überhaupt kein Problem ist. Okay. Ähm... Kannst du... Mir noch einen Würfel geben? Äh... Welcher war denn das? War es der hier? Das ist eine gute Frage. Ah. Damit hast du ihn umgedreht gerade. Mhm. Ich sehe es. Das ist ja mal interessant. Okay. Ich besorge dir aber erstmal einen Würfel. Wir... Wir sollten uns mal die ganzen Symbole merken. Also... Was genau meine Stärke ist. Ja. Merken von Dingen. Äh... Was passiert, wenn ich hier jetzt... Ach, das war die... Das war die... Ach, bei dir. Ja. Ähm... Häm... 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 Irgendwas Welliges. Häm... 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 Mein Würfel ist weg. Was, wirklich? Ja. Hä? Ja, der ist weg. Ach, der hier ist. Okay, ich muss mir jetzt doch merken. Äh... Punkt. Punkt ist wichtig. Genau, das ist der Würfel kommt. Würfel, Dispenser. Ich öffne das Tor. Ja, mit dem Crudrat. Richtig. Und jetzt geh ich gleich auf den... Ich setz... Äh... Ding um. Ja. Zack. Das ist der Punkt, ne? Ja. Ähm... Häm... 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 Ich werde dir jetzt... Kann ich auch wieder umdrehen, das Ding, ne? Ja. Ich müsste ja eigentlich wiederkommen. Ja, hoffe ich. Da ist er. Ähm... Ach, musste er sogar da hoch? Das war falsch. Ah, ne, das geht ja sogar. Ähm... Ja, der musste hoch, aber du musst gleich umdrehen. Ok. Na gut, ja, das passt schon. hoch 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 falsch ein bisschen später noch das ist natürlich für dich jetzt nicht übermäßig spannend ja ich komme dir zu so ein bisschen jetzt muss ich drehen mal um so und wieder zurück drehen ja ich drehe wieder zurück wo sie wirklich durch zumindest mit dem würfel hier okay ich weiß gar nicht acht da nehmen was soll ich da überhaupt nicht wir brauchen nicht am rück hier drauf aber ich muss denn ich muss nichts okay kannst du dir kannst du die wurstlecht deaktivieren ja auch mein zeichen bist du bereit ja los nein ja nein bei einem moment ja ja ich mache immer noch eine moment 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 hier so timer angefangen soll jetzt jetzt hab ich ein würfel hier genau und den brauchen wir bei uns kannst du musst auch irgendwie zum ausgang kommen oder ich gucke mal gerade wie es bei dir aussieht ich gehe mal gerade zum ausgang so hier ist die wurst die muss ich einfach umdrehen genau dann kommst du auch in einem ausgang da brauchen wir zwei würfel genau wahrscheinlich muss ich auf meiner seite auch noch was machen aber ich hole dich erst mal ich hole dich erst mal hoch punkt ach du bist einfach über mir oder was ich bin mir nicht ganz sicher so zack hell ich sehe ein würfel ist drin jetzt kannst du theoretisch sogar hier rüber kommen aber was bringt ich kann dir helfen hallo mit deinen problemen okay ja da müssen aber zweimal würfel rein beim ausgang da oben liegt noch ein würfel hier in der haus ja er liegt auch schon aber da haben wir eine light bridge aber wie kommen wir auf diese light bridge kommen wir denn überhaupt da kommen wir hoch ne ach moment was hier irgendwo hattest du doch die ach moment ja das halt stop ja das ist doch vorhin umgedreht ich kann dir aber nicht helfen ich muss dann wieder zurück dann lass uns erstmal kurz überlegen ob ich dich hier vorher brauche ob du irgendwo deine portal einsetzen sollst müsstest kurz und überlegen das passt bei uns nicht zusammen stimmt allerdings ja ja wo wo ist die dass die bridge ach so die bridge die kommt dann hier so lange in meinem raum kann man jetzt hier nichts mehr kaputt machen oder das weiter frei alles ok nö da ist alles gut so ritsch geht dahin ja kann das natürlich umdrehen aber was bringt dann würden wir die bridge zumindest schon mal hier unten haben dann könnte ich da oben rauf wenn ich dann hoch und dann könntest du rüber kommen und wo könntest du dann die bridge hinsetzen damit ich da hinkomme ach da hinten glaube ich die können wir was das dreht sich auch noch um ich geh mal zurück ok ich meine du machst die portale selber wenn man sich macht schon so portale selber ich bridge jetzt ganz alleine rum ja da oben muss auch noch hier übrigens der der das bällchen ran beim ausgang man braucht drei warum ist denn der würfel jetzt weg wie der würfel ist weg der würfel ist weg bist du wieder irgendwo drauf gelatscht wo böse ist oder was ich bin mir nicht so sicher muss ja aber wahrscheinlich ja und ja gut hier transportschacht ist auch weg den kann ich ja wieder anmachen ja würfel ist weg das ist aber nicht schön alles umsonst man und kostenlos da muss hier jemand den klopp des des activierten sowie ging es los zuerst musste ich hier auf den so ja an den würfel ist ja schon da egal so wir hätten auch die seiten tauschen können nee das dauert es ja noch länger noch länger ja gut so das ist richtig ja umdrehen so das heißt wir müssen nicht aufpassen dass wir da umdrehen umdrehen wie flott das geht hier wahnsinn unfassbar umdrehen ausmachen sowas genau ja aber 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 noch nicht noch nie ja ja ich gucke bei dir ich stehe hier dran ich mache hoch halbfaltetaste so ich werde jetzt nie mehr auf diese welle gehen mach nochmal peter an peter peter da ich hänge fest ich muss andersrum ja ok punkt so da kann ich den würfel hier schon mal hoch schwubbeln finde ich gut so runter ja doch durchaus kann man so anbieten das kann man durchaus so anbieten ja was muss ich denn jetzt hier den schrägen strich das schrägen strich ist unser wo ist denn der das ist das hier ich meine ich kann jetzt nichts kaputt machen ne hoffe ich mal ja das passt aber nicht zueinander hier die bilder die symbole auf der anderen seite ist doch der schrägen strich oder nicht na gut passt doch zusammen hallo ich will mich erstmal aufregen so ok jetzt habe ich ja 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 jetzt kann ich mir hier die lightbridge nach unten holen wenn ich die portale richtig setzte so ja das heißt du darfst da oben reingehen genau ich beobachte dich mal ganz heimlich jetzt bin ich hier in dem raum im glaskasten ja so und jetzt jetzt kannst du da oben rechts genau da ja ich glaube das ist der laser ich glaube der wird mich jetzt gleich anfallen ja dann fall zurück wieso ist denn da ist der laser ja äh äh vor allem wie komme ich denn da rüber also ich weiß dass hinter dem hinter diesem gitter befindet sich noch ein äh was ist denn da äh ist da ich steppe mal irgendwo anders drauf ah was ich geh da nochmal drauf ah ja gut hier sind auch viele symbole dran das heißt man sieht die symbole nur nicht so wirklich von dir aus so ich geh mal jetzt kann ich hier rüber latschen ja und nun singe ein lied für uns oj 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 das ist ein schönes lied du kannst mal rüber jetzt kann ich hier geh nochmal runter rauf rauf runter rauf Ich habe noch andere Knöpfe hier. Okay. To walk on. Wobei das war glaube ich das andere hier. Ich habe immer die Befürchtung, ich mache was kaputt. Ich glaube du kannst nichts kaputt machen. Das war nur das, okay. Ist da irgendein Symbol dran? Nee, leider nein. Ach du, den kann ich, was? Warum kann ich den nicht drücken? Der bleibt gerückt. Kannst du nicht von da oben irgendwie von deiner Position aus was machen? Nee, ne? Nee, ich bin hier ziemlich verloren. Oh, Kaizen? Vielleicht ist es ja auf meiner Seite hier irgendwie was. Kannst du an die Schräge ran, die da gerade geöffnet wurde? Da kann ich jetzt ein Portal hinsetzen, aber was bringt es mir? Ach der Ball müsste dann... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich möchte gerade mal das testen. Der Ball kommt dann da rausgekullert, oder? Oh. Tatsache. So, dann haben wir das schon mal. Schön. Das heißt den Ball, ja den lässt er mal einfach liegen. Genau. Der macht ja nichts. Der hüpft nur ein bisschen rum. Richtig. Aber... Okay, das heißt den Knopf ruhe ich auch nicht mehr. Das andere hier... Ach guck mal. Das redet doch um. Das hat aber... Hat das eben auch schon so gemacht? Nee. Crazy. Geh mal weiter. Ja. Das ist wieder so ein Platzförmchen bei dir. Und jetzt nochmal runter oder rauf gehen oder was du auch immer tust. Ah. Runter. So. Jetzt habe ich auch den anderen Würfel. Das ging aber. Zack. Okay. Ich hüppel mal hier runter. Ja. Muss ich ja, ne? Ja. Alles gut. So, jetzt latsche ich mal hier hoch, setz meinen Würfel darauf. Du kannst sogar beides daran machen. Aber ich kann ja nicht... Ich kann ja nur eine Sache mitnehmen. Ich kann ja runter. Ja. Ne, du hast doch zwei Hände. Aber nur eine Porto kann. Komm mal zu dir hoch. Muss ich dafür... Was nicht geht, weil du dafür mithelfen müsstest. Ja. Ja. Ach, und wir müssen die Wurst dann ja auch noch mitnehmen. Ja, die habe ich ja in der Hand. Die Wurst. Ne, Bratwurst. Ist klar. Ja, natürlich. So. Ja, aber ansonsten. Punkt. Mit Laser wär's schöner. Also mit Laser wär's schöner. So und so. Ah. Oh. Ja, ich bin grad dabei mir irgendeinen coolen Bandnamen mit Wurst zu überlegen. Aber es wird grad schwierig. Kommst du da hoch? Ach ne, bist du schon da. Hallo. Weißt du wo... Ah. Ähm. Ich brauche... Äh. Geht das so? Zack. Geht das so? Ja, das geht. Nicht... Nein! Ich bin so ein... Ich bin so ein... Hast du gemacht? Ach ja, ich kann einfach hier mit durchschweben. Puh. Aber der liegt nicht richtig. Mach den mal richtig da oben ran. Mhm. Ja. Mach ich das selber? Gucke mal, gucke mal, gucke mal. Ich gucke mal. Oh, Küge mal. Wir sind fertig. Wahnsinn. Rinder mit dir. Rinder? Ja. Wieso denn nicht geflügelt? Nein. Ich hab schon extra nicht da drauf herumgehackt. So entsteht Hackfleisch. Ja. Ähm. Ja, schöne Map. Ja. Muss ich ja mal sagen. Finde ich auch. Ich fand's irgendwie echt ganz... Wir wären zwar schnell durch gewesen, wenn ich nicht so oft hier auf den, ne? Ja, aber das kennen wir ja schon. Genau. Ne? Aber von der Idee her doch durchaus. Ja. Ich fand's ja auch gut. Ich fand's ja auch gut. Ja, schön. Ja. Vielen Dank, äh, Hadouki. Ja. Rahmenleist. Nächstes Mal bitte Nastileist. Genau. Daumen hoch. Finde ich. Finde ich gut. Daumen hoch. So. Hamm. Und, äh... Möchtest du noch einen schlechten Witz bringen? Dich einen schlechten Witz? Nee, ich kann nur gute Witze bringen. Und das... Davon gibt's einfach zu viele in unseren Let's Plays. Du möchtest auch nicht überladen jetzt, das Ganze. Ja. Ich leg grad den Kopf zur Seite und guck nach oben. Ähm, aber, ja. Das hat nix zu sagen. Was? Das ist ne alte Angewohnheit. Ja. Okay, vielen Dank für diese Information. Tschüssi und so und vielen Dank. Ja. Tschüss. Musik Bis zum nächsten Mal.